Reality-Star Sam Dillon nimmt dieses Jahr an der Dschungelcamp-Ersatzshow teil. Er verbrachte seine Zeit bisher mit zwei anderen Kandidaten im Tiny House. Dort hatte er nicht nur keinen Zugriff auf sein Handy, sondern scheinbar auch sehr wenig zu essen. In seiner Instagram-Story meldet sich Sam nun erstmals nach seiner Teilnahme zu Wort und erklärt, dass er ganze vier Kilo abgenommen hat. Ich hab immer noch nichts richtiges gegessen, ich hab auch extrem abgenommen, vier Kilo. Ich will ja schon eh nicht so viel und deswegen wird jetzt Zeit, dass wir richtig Fast Food erst mal bestellen. Daraufhin postet er ein Video seiner viel zu großen Hose. Meine Hose rutschte gestern nach der Live-Show schon runter, schreibt er dazu. Sam hat es übrigens ins Halbfinale der Dschungelshow geschafft, in der die Gewinner der Trios in Prüfungen gegeneinander antreten müssen. Es bleibt zu hoffen, dass Sam dort dann nicht mehr hungern muss oder sich bis dahin zumindest mit jeder Menge Fast Food satt essen kann.